So, herzlich willkommen zum Let's Change Nummer 9. Die Welt ist ja inzwischen einmal rum wieder bei mir angekommen und ich sehe, hier hat sich was mit der Bude getan. Moment mal, hier war nochmal zwischendurch die Bricks drin, egal, was brutzelt hier im Ofen. Hier kochen wir Stein und da kochen wir, oh, Eisen, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das packen wir mal gleich in den Ofen rein. Zack, na, so, ach und den Lehm, den hat nun keiner verarbeitet. Okay, so, Fressalien haben wir hier, Leder, zack, Kaktus, was machen wir denn damit? So, erstmal wieder ein bisschen alles umsortieren, Iron Pickaxe, Schaufeln, sehr schön. Glas können wir da reinpacken, das nehmen wir mal mit. Und, Crafting Table, okay, einmal, aha, na, mal sehen, aber, ich sehe, ein Bogen fehlt uns, den werden wir uns doch gleich mal machen. Leute, ist das hier ein Durcheinander. Okay. So, so, sticky, sticky, sticky und so. Und wenn wir gleich dabei sind, einfach mal zum Spaß für alle anderen. Na, Angel, ne? So, das ist Sandstein, das ist Sand. Und dann, ja, machen wir uns mal auf. Aha. Das sieht hier so aus, als ob hier ein Creeper hochgegangen ist. Da bin ich mal gespannt, was hier noch kommt. Und, ähm, so. Oh, da unten scharf. Und, ach, Leute, wer hat denn da nichts gegessen? Das gehört sich doch nicht. Kinders, ach, das sieht hier ja, alles nur roh, das bringt doch nichts. Da lassen wir erstmal hier Brot. Und dann, meine Fresse. So, das Eisen ist hier durch. Sehr schön. Oh, dann können wir hier gleich mal die Kohle reinhauen. So. Und dann, setzen wir hier mal das Essen an. So. Und dann werden wir draußen ein bisschen mit dem Sand das auffüllen. Solange das hier... Ei, 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 ei. So, werden wir hier mal ein bisschen das restaurieren. Ups, Sand. Okay, dann klopfen wir hier noch Dirt rein. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug davon hätten. So, dann... So, dann... werden wir hier mal ein bisschen Platz schaffen. Nicht, dass hier nochmal so etwas so dicht am Haus passiert. Schaufel ist auch weg. So. Haben wir... Wir haben doch noch eine Sicherheit dabei. So. So. So, und dann... Bauen wir das hier mal ein bisschen weiter ab. Und dann können wir hier schon mal... Ach, ich würde mal eine Kaktushäcke hinsetzen. So, als... Kleine Verteidigungslinie. No. Dass wir hier... In Zukunft ein bisschen besser geschützt sind. Ah. So, dann werden wir noch zu sehen, dass wir Wasser holen. Und... Ach du Scheiße, halbe Zeit schon wieder um hier. Ach, achteinhalb Minuten habe ich noch. Eieieiei. Man kommt ja irgendwie zu nix, ne? So. Den hauen wir hier noch weg. So. So. Der muss weg. 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 So. 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 Und dann können wir hier... So. Und dann habe ich hier zumindest zwei Reihen frei für eine Kaktushecke. Das muss man so mit mir eine kleine... Wenigstens eine kleine Verteidigungslinie haben. So. Und... Der kann auch weg. Und hier können wir uns den Abgang auch noch schöner machen. So. Meine. Wer hat denn den Krempel hier rausgenommen? Mal packen halt mal hier den Sandstein rein. Bin ja schon froh, dass die Hütte inzwischen ein Dach bekommen hat. So. So. Ähm. Ach. Kaktusse habe ich ja dabei. Das ist doch schön. So. Mit dem Glas. So. Essen sollte inzwischen auch fertig sein. Können wir gleich was nachschieben. So. Damit da einer hin kann auf die Ecke. Muss das da weg. So. 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 Und so. Okay. Haben wir das hier erstmal verbraten. Schauen wir dann mal... Ach ja. Wasser wollte ich ja holen. Wo kriegen wir das am schnellsten her? Da unten war doch ein Feld. Das würde ich nämlich gerne versorgen. Ach scharf. Komm hierher. Ja. So. Na komm schon. Zack nicht wegrennen. Du entgehst mir nicht. So. Wolle. Genau. Hier haben wir nämlich. Und natürlich wächst hier kaum was, wenn da kein Wasser ist. Oh. Schön. Das nehmen wir mal mit hier das Zeug. So. Ähm. Ach Mensch. Können wir uns doch ne Schere bauen. So. Und ähm. Einmal. Nehmen wir auch gleich mal in die Hand. Und dann. Na. Komm her. Hier Kiste. So. Fünf Minuten nur noch. Das ist ja nicht... So. Da haben wir einmal Wasser. Oh. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Ja. Und dann können wir mal zusehen, dass das Feld hier richtig was wird. Also wer hier ein Feld angelegt hat, weiß ich nicht. Ja. So. Erde. Zack. Hab ich hier dabei. Dann kann ich nämlich hier schon mal. Wir kommen schon da hinsetzen. Zack. 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 Und dann kann man hier das auch weitermachen. So. Und. Huch. Es wird dunkel. Das gefällt mir ja nun gar nicht. Ähm. Ich mal irgendwie. Und drei Minuten sind auch nicht mehr allzu viel. Aber ich will wenigstens noch die beiden Eimer voll Wasser kriegen. Da lang ist nix. Renne, renne, renne. Da lang ist auch nix. Okay, nee, dann müssen wir das wohl bleiben lassen. Und uns. Und uns. So. Mit Pfeil und Bogen sind solche Auseinandersetzungen doch wesentlich weniger problematisch. Ja, und da oben toben sie schon wieder rum. Okay. Ach ja. Irgendwie schafft man ja in einer Viertelstunde nicht wirklich was weg. So, ich mach mal hier. Zack. Die Tür zu. Und. So. Das Essen ist fertig. Tja. Schauen wir mal. Der kann weg. Der kann weg. Den können wir einräumen. Den haben wir dabei. Wolle. Sand, Sand. Ah ja, 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 ja. Ach, Sand, ey. Ach, okay. Machen wir einfach noch ein bisschen Sandstein hier. Das kriegen wir noch hin. So. Kisten. Warum soll ich einen Kisten mitschleppen? So, braune Wolle. Ach ja, und den Clay, den Lehm, den können wir doch mal auch richtig schön wegbrennen. So. So. Hier. Ach, sehr schön. Zack. So. Ach, das Glas hier sortieren. Was haben wir sonst noch? Ah, okay. Federn. Da können wir uns noch ein bisschen Pfeile machen. Ach, dass der nächste hier auch versorgt ist. Zack. Oh, nicht, dass er leichtfertig damit umgeht. Das kann weg. Steak. Lassen wir ihm die zweimal hier. Die beiden Wassereimer, damit er weiß, was los ist. Vielleicht, hoffentlich. So, die Federn packen wir wieder hoch. Und, ähm, ja, ich denke mal, Baumaterial hat er soweit alles dabei. Werkzeuge. Alles, was das Herz begehrt. So, damit, denke ich, sollten wir es haben. Genau, hier brutzelt der Dings. Und, ähm, ja, und hab ein Essen. Können wir dann noch nachher. Ich, ähm... Können wir hier noch was? Irgendwie Dekoration oder so. Ach so, halt hier. Das Bett unterbauen. Vielleicht noch mit Sandstein. Das, ähm... So. Oh, Mann, Kinder, ey. Naja, gut. Ein paar Bilder an die Wände. Dann sieht das hier vielleicht auch anständig aus. Ja. Hundehütte kann man auch bauen. Sehr schön. Kaktusse. Kakteen wachsen schon. Ich hau mich dann mal hier hin. Und, äh, so. Was hat man hier? Schere. Ich hau mich dann mal hin. Und bin raus. Für dieses Mal. Weiter geht's. Genau. Zack. Ja, hier mit Seedinator. Äh, Let's Plays. Ähm. Der macht jetzt, äh, auch mit. Ist direkt nach mir in der Reihenfolge drin. Auch ein Let's Player. Macht auch Minecraft. Andere tolle Sachen. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Hey, der kriegt jetzt diese Welt von mir zugeschickt. Und dann werden wir sehen, was er damit anfängt. Wahrscheinlich wird er sich erstmal umgucken müssen. Ich hau mich jetzt hier aufs Ohr. Und bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.